PodCup, der Podcast aus dem Kloster. Herzlich willkommen zu Folge 1, zur ersten Folge unseres Podcasts aus dem Kapuzinerkloster. PodCup haben wir den Podcast genannt. Pod ist klar von Podcast und Cup natürlich von Kapuziner, weil wir Kapuziner sind. Ich bin Bruder Christian, ich bin Kapuziner seit 2008, da bin ich ins Postulat eingetreten. Und jetzt hier in Stühlingen in der Klosterküche bin ich als Koch da. Und das ist auch so der Küchentisch, an dem man gerne zusammenkommt. Und ja, so in der Pause oder am Nachmittag mal einen Kaffee trinkt oder einen Espresso und einfach sich nett unterhält. Und dazu ist jetzt bei mir der Bruder Engelbert. Er ist, ihr werdet es gleich hören, Österreicher. Vielleicht sagst du selber was zu dir. Ja, danke Bruder Christian, dass ich da in Stühlingen sein darf. Ich verbringe eine Woche stille Tage und ich genieße es. Ich komme von den Bergen aus dem Montafon, Schrons, Kapuzinerkloster. Das ist ein kleines Eremo, ist angegliedert an die Kapuzinergemeinschaft Feldkirch. Und dort bin ich jetzt doch schon einige Zeit. Und es tut mir auch mir gut, einmal Abstand zu nehmen, von meinen Alltagsverantwortlichkeiten hierher zu kommen und mich verwöhnen zu lassen von deinen Kochkünften. Ja, schön. Ich habe mir gedacht, wir sagen vielleicht jetzt, weil das die erste Folge ist, überhaupt was zu den Kapuzinern, wer zu unserem Orden, wer wir sind, wo wir herkommen, was wir so machen, um das Ganze, also ja, um einmal einfach einzuführen und dass die Zuhörer auch wissen, auf was sie sich einlassen hier. Also Kapuziner, das war ein Begriff für mich schon in meinen Kindheitstagen. Also neben Christkind, Nikolaus, Osterhase war Kapuziner ein viertes Highlight im Laufe eines Jahres. Da kamen nämlich die Sammelbrüder zu uns nach Hause. Wir waren eine sehr kinderreiche Familie und wenn es geheißen hat, der Kapuziner war da, hieß es auch für uns Kinder, wir bekommen Kapuzinerringle. Das ist so ein Schmuckstück für unsere Kinderfingerlern. Wir bekamen ein Bildchen, ein Gebetsbildchen. Also Ringle sind dann? Ja, 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 das war so ein Schmuckstück. Wie aus dem Kaugummi-Automaten. Richtig, richtig, so hat es ausgeschaut, aber weil es vom Kapuziner war, hat es natürlich einen enormen Stellenwert gehabt. Tags darauf gab es die großen Vergleiche, welches Ringle hast du bekommen unter uns Kindern, weil der Kapuziner ging ja von Haus zu Haus und besuchte alle. Ich wusste damals in meiner Kindheit überhaupt nicht, dass Kapuziner mit Franziskus von Assisi was am Hut hatten. Erst später bin ich dann in einem Internat, wie ich als Jungmann dort Gymnasium besucht habe, war bei den Kapuzinern das sogenannte Fidelisheim im Feldkirch. Da bin ich dann näher in Berührung gekommen, dass Kapuziner und Franziskus untrennbar sind. Okay, jetzt hast du gesagt, Franziskus, das ist unser Ordensgründer, unser Ordensvater. Vielleicht sollten wir zu ihm noch ein bisschen was sagen, so geschichtlich. Möchtest du was sagen? Ja, also Bedeutung gewann Franziskus für mich, als ich mit 19, ich war damals gerade in der Genesungsphase, einer sehr schweren Krankheit, zu den Kapuzinern nach Innsbruck ging und mich neu ausgerichtet habe. Was soll das Leben, was für einen Sinn hat mein Leben, welchen Beruf schlage ich ein, werde ich heiraten, dann werde ich Haus bauen, wie es für uns Vorarlberger üblich ist. Und da begegnete ich jedem Kapuziner, Patres, sagte man damals noch, und Brüdern, die erzählten mir von Franz, von Assisi. Und wie ich von diesem Mann aus Assisi hörte, stellte ich fest, ja, das könnte ja ein Bruder zu mir sein, ein Zwillingsbruder, ein Lebemensch, der hat alles genossen, ja, der hat Feste nicht verschmäht, verstand was von Essen und Trinken, war sympathisch, war König der Feste, wie ich gehört habe. Ja, sowas kannte ich aus meiner eigenen Biografie. Und wie ich dann gehört habe, dass dieser Mann auch in eine Krise gekommen ist, ähnlich wie ich, und sich dann in die Einsamkeit, in die Stille zurückgezogen hat, ähnlich wie ich, wenn ich vom Bodensee nach Innsbruck fahre, um mit zwei, drei Brüdern zu reden, wurde er mir immer zusehends sympathischer. Und vor allem sein Hang zu den Armen, also zur damaligen Zeit waren ja die Armen die Aussätzchen vor der Stadtmauer. Und ich verstand das sehr bald, wo sind für mich die Armen, das sind für mich jene gewesen, über die abfällig gesprochen wurde oder deren Leben ich mit großen negativen Vorurteilen behaftet habe. Das waren zur damaligen Zeit die Junkies, die Drogensüchtigen, ja, dann die Arbeitslosen, dann die Ausländer. Bei uns waren sehr viele Gastarbeiter, über die haben wir nicht schön gesprochen. Sie waren wohl willkommen als Arbeitskräfte, aber nicht wirklich als Menschen respektvoll behandelt. Und da war mir Franziskus ein Beispiel. Erst später, langsam, langsam, ich wusste noch gar nicht, dass ich selber Kapuziner wurde oder werde, bin ich dann in dieses Hineinwachsen in den Kapuzinerorden selber mit diesen Randgruppen und Minderheiten in Berührung gekommen. Und da ist mir Franziskus ein großes Beispiel. Was mich verwundert hat, dass wir einen Spitznamen und Kapuziner, habe ich mich erkundigt, wann ist das Fest des heiligen Kapuzinos? Ja, das gibt es ja nicht oder den gibt es ja gar nicht. Und das war dann für mich schon auch eine Eigenart der Kapuziner. Einen Spitznamen bekommst du nur, wenn du unter den Leuten sichtbar bist, wie immer du auffällst, negativ oder positiv. Also das kann man ja sagen, Kapuziner kommt tatsächlich von der Kapuze, die wir halt hier an unserem Habit, an unserem Ordensgewand haben. In der Entstehungszeit vor über 500 Jahren sind ja die ersten Kapuziner aus der Franziskanerfamilie und die Leute in Italien unten. Und gerade in der Bestzeit waren es diese Brüder mit langer Kapuze, also ihre Modeerscheinung war ja schon sonderbar, aber immerhin sehr einprägsam, denn sonst hätten nicht die Kinder gerufen, die Cappuccini, die Cappuccini. Und dass das dann ein Ordensname wird, das hätte wahrscheinlich auch niemand gedacht. Und der Ordensname, den Franziskus seinen Brüdern gegeben hat, ist für mein Ohr ja damals komplett schräg gewesen. Orden der minderen Brüder. Also wie kann man sich nur so komisch nennen? Also heute würde man sagen… Das weiß man gar nicht. Was ist denn Minder? Ja, hast du Komplexe? Solltest du eher in eine Therapie gehen? Bei euch in Österreich ist es vielleicht eher noch verständlich, also Minder, ich glaube im Deutschen, also bei uns in Norddeutschland weiß ich nicht, wie sehr das zumindest in meiner Generation noch verständlich ist. Ich meine, ich war ja selbst in Salzburg eine Zeit lang im Noviziat und da habe ich den Eindruck gehabt, also das ist Minder, das hat also eine schlechtere Qualität oder so, das gibt es schon noch im Sprachgebrauch. Doch, also das ist auch in Österreich ungut besetzt, also Minderwertig, Minderwertigkeitskomplexe, sich nichts wert fühlen, sich nicht unter die Leute trauen, also schau lieber, dass aus dem Blickfeld verschwindest. Also wie konnte ich nur einen Namen finden, minderer Bruder. Erst später, also wie ich dann Franziskus und die Kapuziner Nähe kennenlernen durfte und ich dann auch mit der Zeit mehr und mehr hineingewachsen bin in den Orden und mich sogar mit allen Rechten und Pflichten verbindlich eingelassen habe, hat es mich genau zu diesen Gruppen gezogen. Also sonderbar, ich hätte nie gedacht, ich wusste ja gar nicht, was werde ich im Orden tun. Für mich war einfach die Sinnkrise im Vordergrund und ich wollte eine Antwort auf meine Frage. Und diese Landschaft, ich nenne es sehr gerne Landschaft, weil sich da mein Lebensweg durchschlängelt, in dieser Landschaft habe ich da so Brüder gefunden, die mir unglaublich viel Mut gegeben haben. Und ich erinnere mich an Bruder Hans Norbert, viermal Provinzial, mein großer, weiser Bruder, der hat mich motiviert. Was steckt in dir? Trau dir, fürchte dich nicht, geh auf die Leute zu. Und dank der kranken alten Brüder, denen ich begegnet bin, sehr rasch im Kloster, das ist das Kloster Innsbruck, strotzte nur von vielen alten Brüdern, manche hatten das KZ sogar überlebt. Aber ich fand es einfach angenehm. Ich persönlich habe aus meiner Herkunftsfamilie keine Opas und Omas mehr erlebt, die waren alle schon verstorben. Und jetzt habe ich auf einmal ein ganzes Haus mit lauter Opas. Und in der Pflege dieser kranken Brüder entdeckte ich in mir eine Seite, die ich bis dato gar nicht kannte, dass ich es eigentlich mit Leuten ganz gut kann. Und so bin ich in die Krankenpflege. Und als kranken Bruder bin ich dann später wieder in ein Privatkrankenhaus. Und wieder im Krankenhaus habe ich gesehen, da sind ja wieder Minderheiten. Also unter den Kranken gibt es wieder Minderheiten. Also du hast nicht nur im Kloster gearbeitet, sondern du hast auch außerhalb jetzt im Krankenhaus gearbeitet. Richtig. Und auch Geld verdient wahrscheinlich. Ja, also mein Magister hat es geheißen, hat er immer gesagt, die Brüder mögen mit ihr Hände Arbeit ihr täglich Brot verdienen. Was ist ein Magister? Ja, das ist ja so ein komisches lateinisches Wort, Meister. Und das hat der Bruder Hans Norbert sehr rasch uns abgewöhnt, sehr stark Jesus orientiert, sehr stark franziskanisch evangelisch ausgerichtet war. Er hat gesagt, einer ist unser Meister Jesus. Auch Pater, Pater wollte er überhaupt nicht genannt werden. Pater heißt zu deutsch Vater und er hat gesagt, wir haben einen Vater, der im Himmel. Da war das sehr konsequent. Er ließ sich nur Bruder Hans Norbert rufen. Also mit der eigenen Hände Arbeit? Eigene Hände Arbeit. Er hat gesagt, die Brüder sollen außen gehen, zuerst arbeiten. Ist es zu wenig, dann dürfen wir in Sammelgang. Und das, was du dann verdient hast, davon hast du dann gelebt? Oder wie funktioniert das mit dem Geld so? Also das war für mich einfach deine Selbstverständlichkeit. Das ist schon von meiner Herkunftsfamilie. Wir haben alles zusammengelegt. Wir waren neun Brüder zu Hause und eine Schwester. Und wir haben den Eltern unseren Zahltag abgegeben. Und somit haben wir unseren Haushalt bestritten. Und im Orden war das für mich auch ganz klar, dass ich das in die Brüderkasse gebe. Das, was ich brauche, Essen, Kleidung, das hoffe ich ja. Also das war für mich überhaupt nicht schlicht und einfach zu leben, genügsam zu sein. Das fiel mir nicht schwer. Das war schon so. Das ist vielleicht noch ein schöner Übergang. Wie leben wir als Brüdergemeinschaft heute so zusammen? Und wie funktioniert das Gemeinschaftsleben bei uns? Also erst mal vom Organisatorischen her, weil das werde ich immer wieder gefragt und du wahrscheinlich auch. Ja, wie ist das denn, Armut? Und so habt ihr denn dann gar kein Geld? Oder ich habe ja selber auch während meiner Ausbildung zum Koch in einem Restaurant gearbeitet und dort natürlich nicht viel, aber doch ein bisschen was verdient aus der Ausbildungsvergütung. Und das eben, das war ich auch selbstverständlich, das fließt halt in die gemeinsame Kasse, die wir als Brüder, als Gemeinschaft zusammen haben. Gut, wie das wahrscheinlich in der Familie auch ist, wie du gerade schon sagtest, arbeitet zusammen für den Unterhalt. Ja, für mich war das nie ein Problem. Ich habe das Glück gehabt, dass ich immer mit Brüdern beieinander war, die sich gegenseitig vertrauen haben. Wir haben eine Gemeinschaftskasse gehabt, da war einfach ein Einnahmen, Ausgaben, brauchte ich was. Wenn ich mit dem Auto unterwegs war, da habe ich mir immer gedacht, einen Tank und einmal Radar, so viel Geld nehmen wir mit. Und war das aufgebraucht, habe ich das vermerkt, somit war das sehr transparent. Oder ich bin mit Freunden, Arbeitskolleginnen oder Kollegen einmal einkehren gegangen und eine Bierle getrunken. Ja gut, dann Einkehr, Aus, habe ich das vermerkt. Also das ging sehr, sehr gut, weil wir einander vertraut haben, das war transparent. Heute macht man es verschieden. Es gibt Gemeinschaften, die regeln das so, dass ein Bruder einfach jeden Monat ein bestimmtes Quantum an Taschengeld bekommt, wo er gar keine Rechenschaft abzulegen hat, ob jetzt das 100 Euro, keine Ahnung, ob das so ist. Ja, 100 Euro pro Monat und Urlaubsgeld und braucht nicht abgehen. Das finde ich sonderbar, weil ich kann ja dem Bruder sagen, wofür ich es brauche. Und neben dem Gelderwerb, der bei weitem nicht ausreicht, um die vielen betagten Brüder in Pflegeheimen zu begleichen, dürfen wir da spenden. Und ich möchte den Spenderinnen und Spendern in die Augen schauen. Das ist ja auch wichtig, da transparent zu sein. Also da bin ich sehr, sehr gewissenhaft. Also das ist mir sehr wichtig. Wenn ich Brüder höre, ja die Leute brauchen das ja nicht hören, wo ich Urlaub mache. Das ist nicht lauter. Also die Leute dürfen durchaus hören, es gönnt mir jeder, wenn ich einmal zu meinen Schwestern an den Bodensee fahre. Oder ich mache einmal einen Ausflug nach Italien und ich habe das Glück, ans Meer zu gehen und am Meer zu baden. Auch da spürt man sehr rasch, ob das jetzt ein Fünf-Sterne-Hotel ist oder ob das eine Privatwohnung ist mit ganz einfachen Kontakten. Also ein bisschen ein Gespür sollte schon entwickelt werden. Udo, wir haben ja auch noch das Glück, dass wir als Kapuziner, als Brüder quasi weltweit irgendwie Konvente haben und so. Das finde ich immer toll und genieße das auch, wenn man sich dann in den Urlaub gehen kann, einfach zu den Brüdern hin. Also da bin ich, ja, habe ich ein paar Tage oder Wochen vielleicht frei und bin dann aber doch in der Gemeinschaft und doch irgendwie zu Hause und ja, habe keine große Hotelrechnung. Das ist ein großer Vorteil. Also so gehe ich recht gerne nach Südtirol zu unseren Brüdern. Die sind für mein Empfinden sehr, sehr gastfreundlich. Geben wir gleich einen Haustauschlüssel, das ist mir sehr wichtig. Also wenn ich keinen Haustauschlüssel kriege, dann komme ich mir so eingesperrt vor. Und auch die Gebetszeiten und die religiösen Übungen sind für mich akzeptabel. Ich tue mir nicht leicht in Gemeinschaften, in denen mir ein unglaubliches, frommes Gebilde übergestülpt wird, keinen Torschüssel kriege. Also da gehe ich höchstens einmal hin. Das brauche ich nicht, das mag ich nicht. Ja, klar. Ja, jetzt haben wir über Urlaub gesprochen. Ja. Vielleicht, weil das ja Folge 1 ist, sprechen wir auch über das, über den Alltag, wie wir so normal leben. Und vielleicht erzähle ich auch kurz was über das Kloster hier in Stühlingen, wo wir ja hier gerade zusammensitzen. Und von diesem Küchentisch aus werden ja auch die meisten Podcast-Folgen aufgenommen. Das ist sozusagen die Basis. Der Podcast wird auch unterwegs sein. Es wird nicht nur Folgen von hier aus geben. Zum Beispiel werde ich auch jetzt zu Besuch sein im Noviziat. Das ist in Salzburg, also im deutschsprachigen Raum. Das Haus für die Ausbildung der jungen Brüder, für die Novizen. Das ist in Salzburg. Und da wird es dann eine Folge geben mit dem Novizenmeister, also mit dem Ausbildungsverantwortlichen und vielleicht den Novizen zusammen. Das muss man mal schauen. Also in der wir dann berichten werden, wie das so funktioniert, so der Weg in den Orden und die Ordensausbildung. Da lasse ich mich aber noch überraschen, was da kommt. Und ja, zum Kloster hier in Stühlingen. Zum einen sind wir ja als Brüdergemeinschaft hier. Und das Kloster in Stühlingen ist schon was Besonderes, auch in der Klosterlandschaft. Vielleicht sollte man vorher sagen, ihr habt das jetzt schon, also die Zuhörer haben das jetzt ja auch schon gemerkt. Es gibt nicht nur ein Kloster hier, sondern wir Kapuziner haben viele Klöster verteilt. Also wenn ich jetzt auf Deutschland gucke, die deutsche Kapuzinerprovinz. Mehrere Klöster in Deutschland verteilt an verschiedenen Orten. Und wir Brüder, also als Kapuziner, sind auch nicht unser ganzes Leben an einem und demselben Ort. Sondern wir wechseln immer wieder mal. Die Klöster werden versetzt zwischen den Häusern und kriegen vielleicht auch neue Aufgaben. Und ja, genau. Und ich bin jetzt hier in Stühlingen als Koch in der Küche tätig. Und Stühlingen ist ein Kloster zum Mitleben, so nennen wir das. Seit jetzt gut 35 Jahren öffnen wir, oder die Brüder, die damals da begonnen haben, haben halt die Türen geöffnet. Für Menschen, die ja eine Auszeit machen wollen von ihrem Alltag, eine Auszeit im Kloster, mal das Klosterleben kennenlernen wollen. Es kommen auch Menschen zu uns, die irgendeine Lebensfrage bewegt, wie geht es weiter in der Zukunft oder so. Die dann hier eine Woche oder auch zwei Wochen bei uns sind und mit uns zusammenleben. Und dadurch, dass nicht nur Männer zu uns kommen, sondern auch viele Frauen, leben auch Schwestern mit uns hier im Kloster. Also auch franziskanische Schwestern, Franziskanerinnen von Reute, die mit uns zusammen hier in diesem Kloster zu Mitleben die Gemeinschaft bilden. Das ist schon mal was Besonderes, weil wir sonst immer als Männergemeinschaft zusammenleben. Und mit den Schwestern dazwischen, das ist schon mal auch eine ganz andere Atmosphäre so im Konvent. Genau. Und zur Küche. Ich finde, in einem Kapuzinerkloster, so habe ich es eigentlich immer erlebt, egal wo ich war, an welchem Ort, die Küche ist neben der Kirche, neben der Kapelle und dem Gebetsraum natürlich, so ein zweites Zentrum, wichtiges Zentrum in einem Kloster. Auch so ein Zentrum, ein Ort der Kommunikation trifft man sich. Hier wird nicht nur gekocht, sondern man trifft sich unterm Tag oder so. Während der Arbeit kommt man rein, trinkt einen Kaffee oder spricht ihr, wie wir jetzt genau, führt ein brüderliches Gespräch miteinander oder so. Und ist einfach im Kontakt und auch im Gespräch. Und halt so ein Küchentisch. Wir essen ja nicht hier am Küchentisch, sondern es gibt einen zweiten Raum, ein Refektorium dazu, also den Speiseraum, wo wir gemeinsam essen. Aber trotzdem gibt es in so ziemlich jedem unserer Klöster so einen Tisch in der Küche, an dem man auch nochmal beisammensitzen kann, weil ich finde zumindest, Küche hat immer so gemütliche Atmosphäre, so was Wohnliches. Gott sei Dank. Genau. Ja, das Stühlingen, das war für uns in der Kapuzinerprovinz Österreich-Südtirol ein Beispiel. Und wir wollten das ähnlich machen, natürlich bei weitem nicht so groß wie hier, rein schon vom Baulichen her. Und so haben wir drei Jahre nach Stühlingen, wie Stühlingen dieses Kloster zum Mitleben errichtet wurde, wir in Österreich nachgezogen. Wir waren damals eine Gemeinschaft von drei Brüdern und wir zogen nach Gauenstein. Das Kloster Gauenstein ist sehr gut vergleichbar mit den Eremos, die in Assisi unten. Und Franziskus hat ja immer wieder solche Einzigeleien, so kleine, abgelegene, wirklich so putzig, schöne Plätzle ausgewählt, um mit Brüdern von seinem Alltagstrott auszusteigen. Er hat dann auch für die Brüder eine eigene Regel in Einzigeleien verfasst. Zwei Brüder sind in der Zurückgezogenheit, zwei Arbeiten. Und so ein vergleichbar mit so Eremos wie Karchri, Greccio, Monte Casale, wie sie alle im Riettal auch noch heißen, ist auch das Kloster Gauenstein. Es ist angegliedert an das Kloster Feldkirch. Also der Quadian, der Hausobere, der Sprecher der Gemeinschaft ist in Feldkirch und wir in Gauenstein haben also diesen Schwerpunkt Kloster zum Mitleben gewählt. Wir haben damals von vornherein gleich schon den Schwerpunkt für die Armen. Und da ich in der Krankenpflege tätig war, speziell für Suchtkranke, waren wir drei Brüder, einer als Sozialarbeiter im Gefängnis, ich bei den Drogensüchtigen, später bei Aidskranken, Bruder Erwin bei Kranken im Krankenhaus und Schwesternseelsorge. Somit hatten wir ein reguläres Einkommen und wir haben mit diesem Einkommen auch Solidarität gepflegt. Das hieß konkret, wenn wir ein Klosterauto uns besorgten, dann haben wir denselben Betrag auch für die Armen, die nicht einmal ein Fahrrad oder nicht einmal Schuhe haben. Haben wir die Klosterkirche renoviert, ja dann werden wir mindestens denselben Betrag auch für jene haben, die nicht einmal eine Blechhütte haben. Das hat in der Natur der Sache mitgebracht, dass wir immer sehr, sehr langsam renoviert haben, um die Solidarität zu pflegen. Im Haus selber haben wir von Anfang an gleich aus diesen Milieus auch Gäste eingeladen. Und das war dann schon sehr spannend, wenn so ein Häftling für Wochenendausgang drei Tage Freitag bis Sonntag bei uns verweilte oder ein Junkie, der auf eine Langzeittherapie gewartet hat, sich bei uns eingenistert hat. Das war für uns schon eine Herausforderung, aber ich fand diese Zeit sehr, sehr wertvoll. Heute bin ich alleine dort als verantwortlicher Bruder und durchgehen. Also ich kann wirklich sagen, durchgehen sind Frauen, Männer, die stille Tage, die auch Begleitung wünschen. Ich bin aus der Krankenpflege ausgestiegen, bin jetzt auf die pastoralpsychologische Begleitung, Beratung umgesattelt und die Leute können mitmachen, die kennen die Tagesstruktur und das deute ich als eine Orientierungshilfe. Es ist jede und jeder für sich eigenverantwortlich. Sie kennen sich aus, wo was im Haus zu finden ist, sie verhungern nicht. Sie wissen aber auch, wo die Gebetszeiten stattfinden und sie sind sehr eigenständig. Nach Bedarf gebe ich auch Begleitgespräche und ich stelle fest, das ist also sehr, sehr schön. Während ich jetzt hier sitze in Stühlingen, ist ein Ehepaar, ein evangelisches Ehepaar, zu Hause bei mir und schaut zum Kloster ein junger Mann, der Arbeitswechsel vorhat, sich neu ausrichtet, ist als Langzeitgast bereits schon drei Monate in Gauenstein. Also diese Offenheit ist da. Also sehr viel mit Randgruppen. Und aus diesen Randgruppen ergibt sich dann auch religiöse Wünsche. Ich bin Laienbruder, das ist ein großartiger Vorteil, gerade wenn es kirchenrechtlich Fragen gibt. Wer darf Sakramente spenden, wer nicht, so ist in meinem Fall die Sache klar. Ich liebe Segnungsrituale zu vollziehen. Es kommen Paare, die geschieden, wieder verheiratet sind und wünschen eine Segnungsfeier. Oder es sind gleichgeschlechtliche Paare, die eine Segnungsfeier für ihre Partnerschaft wünschen. Und das ist sehr herausfordernd, weil da gibt es ja keine Unterlagen. Ich kann nicht nach Rom telefonieren und sagen, bitte schickt mir so ein Messformular oder ein Segnungsritual für gleichgeschlechtliche Paare. Das kreieren wir selber. Und ich sehe, diese Einladung, einfach dann alle kommt, wir sind für euch da, das findet immens. Es ist mir da manchmal leid, dass ich als Ein-Mann-Betrieb unmöglich allen zusagen kann. Aber vielleicht gibt es noch welche, die ähnlich einen Zug haben. Da steige ich einmal ein, zumindest für eine Zeit. Schön. Ich habe gerade gestern, bin ich nochmal auf eurer Homepage gegangen, habe da ein schönes kleines Video, ich glaube sechs, sieben Minuten oder so war das, gesehen. Es ist, glaube ich, ein Adventskalender-Türchen im ORF oder sowas. War das im letzten Jahr oder ist das schon etwas älter? War voriges Jahr. Voriges Jahr, genau. Ist aber nicht im Advent aufgenommen worden, sondern irgendwann im Sommer, glaube ich. Oh nein, 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 das war schon sehr kalt. Also es war bereits schon Herbst, man sieht das ja, wie ich die Tulpenknollen reinsetze. Das war kurz vor der Frostzeit, das war Anfang November. Okay, dann doch, okay. Ja, 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 ja. Also diese Badeaufnahmen, das war für mich dann sehr kalt. Also, ja, das ist doch quellfrisches Wasser, ja. Also das ist auf jeden Fall ein nettes, also ein schönes Video, wo man ein bisschen was von Gauenstein, also von deinem Kloster, von deinem Konvent sehen kann. Ich denke, das werden wir bei uns auf dem Blog von Podcast Cup auch verlinken. Dass es da so einen kleinen Eindruck mal geben kann, genau, wie der Bruder Engelbert in Gauenstein lebt, ja. Genau, das war so. Ja, was müssen wir noch sagen zur Folge 1? Was ist noch wichtig? Also dieses Minderbruder-Sein, das gefällt mir noch wie vor. Also ich arbeite auch in der Zwischenzeit sehr viel auch mit Männern zusammen. Unser Mitbruder Richard Rohr, ein amerikanischer Franziskaner in Albuquerque, New Mexico, hat gerade eine fantastische Männersprache und eine gute Feder, die die Männerwelt anspricht und hat Rituale entwickelt, Initiationsrituale. Und in diese Arbeit bin ich gerne eingestiegen und es ist für mich eine Vernetzung und es ist schon für mich bedeutsam, dass ich als Ordensmann unter Männern gemeinsam unterwegs bin. Ob das nun verheiratete Männer sind, ob das Single-Männer sind, geschiedene Männer, schwule Männer. Und ich ordne es mal, wenn wir von Mann zu Mann ehrlich unsere Lebensgeschichten auf den Tisch legen und dann schauen, was bringt das Leben, welche Einladung hat das Leben an uns, wie antworten wir auf das. Gerade wenn bereits schon Lebensentwürfe gescheitert sind oder gebrochen sind, dann braucht es Neuausrichtung. Und da fühle ich mich also sehr, sehr wohl. Und da dieses Minderbruder-Sein, Bruder zu sein jenen, die sich mies fühlen, minder fühlen, das ist Programm und das taugt mir und da bin ich sehr gerne unterwegs. Du hast jetzt vom Minderbruder-Sein gesprochen und auch in Bezug auf deine Aufgabe oder auf das, was du machst mit den Menschen, die zu dir kommen. Aber du hast etwas Wichtiges, glaube ich, angesprochen, was wir noch so als Grundlage in diese erste Folge hineingeben können, eben, dass wir ja als Brüder, als Kapuziner in Gemeinschaft oder in Gemeinschaften leben. Das ist ja, wenn wir im Kloster zusammen sind, das ist ja nicht wie in einer WG, wo man sich den Wohnraum teilt und jeder tut für sich, sondern wir leben gemeinsam, wir sind, wir teilen, wir haben den, ja, wie sagt man denn, den Alltag nochmal anders gemeinsam, eher, ja, oder wie sieht so ein Alltag im Kloster aus? So, das ist vielleicht nochmal interessant. Ich kann ja jetzt mal sagen, wie das, oder man kann so allgemein sagen, irgendwann steht man morgens auf, ist im besten Fall nochmal in der, also beginnt den Tag mit einem stillen Gebet, also in der Meditation, einfach mit einer halben Stunde im Schweigen. Und dann beten wir als Gemeinschaft zusammen das Morgengebet. Da können wir vielleicht nochmal in einer separaten Folge drauf eingehen, wie so die Tagesstruktur und Gebetszeiten im Kloster sind. Das ist vielleicht noch eine Idee, das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen lang, aber grundsätzlich kann man sagen, oder ist das der, dass unser Alltag natürlich durch, oder unser Tag, Tagesablauf schon relativ fest vorgegeben ist, durch die Grundstruktur der Gebetszeiten einfach. Und dass wir auch unsere Arbeit liegen lassen, wenn dann die Glocke wieder läutet und man ist zum Beispiel im Garten gerade draußen und gräbt da um, dann ist das, das hat auch eine gewisse Lebensqualität für mich. Dann sagt man nicht, ich mache jetzt hier das gerade noch zu Ende und komme dann, sondern dann ist es auch für heute dann gut, denn die Arbeit läuft nicht weg, die ist morgen immer noch da und dann unterbricht man wirklich sein Tun und ist ganz wieder für Gott da und im Gebet da. Also ich höre mich öfters erzählen meinen Gästen, welchen Luxus ich habe. Ich finde, es ist ein Luxus in meiner Lebensführung, in meiner Lebenswahl, Tage so zu strukturieren, dass es legitim ist, zu unterbrechen für Stille, für Lesung. Ja, welcher Durchschnittsmann hat diesen Luxus? Also es ist legitim, nachmittags um fünf, so ist es bei mir, in die Stille zu gehen. Es ist legitim, eine Stunde sich in wissenschaftliche, religiöse Literatur zu vertiefen, Weiterbildung zu betreiben. Es ist legitim, nachmittags, nach dem Mittagessen, Siesta zu machen, eine Stunde sich zu sonnen und zu baden, so ist es bei mir in meinem Klostergarten. Also das fasziniert die Leute schon, die sprechen von Luxus, jagen materiellen Gütern nach und kommen gar nicht dazu, das zu genießen. Bei mir ist es umgekehrt. Ich habe schon im ORF gesagt, mein Luxus ist es, dass ich diesen Luxus, den manche meinen, haben zu müssen, eben nicht brauche. Da pfeife ich drauf. Und da kommt schon beinahe bei manchen Gästen ein Neid auf. Und was sie manchmal so sonderbar finden, dass wir uns Brüder nennen, Bruder Christian, Bruder Engelbert. Ich erinnere mich noch so gut, wie ein Mann nach vierjähriger Partnerschaft zu uns gekommen ist, nach Gauenstein, und sagt, du weißt, mit diesem Brudertitel, das kommt mir so, seid ihr es warme Brüder oder was? Das ist schon nicht normal, oder? Seid sie einander Freund. Also diese Frage hat mich sehr berührt. Sind wir uns gegenseitig Freund? Und da darf ich ehrlich sagen, zunächst, wenn ein Mann sich unserer Gemeinschaft anschließt, sind wir uns fremd. Wir kennen uns ja nicht. Man beschnuppert sich, was ist denn das für ein Typ? Ja, ist er intelligent, ist er weniger intelligent, ist er katholisch, ist er nicht katholisch, ist er gelagert, kann er einmal gefährlich werden, wenn er mein Oberer wird meines Tages. Ja, das sind ganz schlicht einfache Beschnupperungen, wie animalisch, wie bei den Hunden, kann man fast sagen. Ja, und dann allmählich, ja, wofür sind wir jetzt zusammen? Wenn man so gemeinsam sich gerufen fühlt, für was, ja, wer ruft, was ruft? Und dann entdecken wir gemeinsam das Evangelium. Und in diesem Entdecken, wie das Evangelium gelebt werden kann, ist uns Franziskus wieder, uns allen, so eine Ausrichtung. Ich habe es schon von mir erzählt. Und da finden wir uns allmählich. Langsam, langsam, wir kommen zusammen. Und dann kann es tatsächlich vorkommen, dass unter diesen Brüdern auch Arbeitsgemeinschaften, dass Brüder gemeinsam eine Arbeit machen, wie ihr jetzt hier in Stühlingen. Drei, vier Brüder seid ihr, die dieser Arbeit euch widmet. Und dann halt die drei Schwestern dabei. Und die drei Schwestern. Also das ist ganz was Fantastisches. Das ist selten, sonst arbeiten Brüder gerne und einfach naturgemäß auch allein. Ich arbeite jetzt auch alleine. Und in diesem Zusammenarbeiten gibt es Kollegialität, brüderliche Kollegialität. Ja, vielleicht gibt es sogar Freundschaft. Wenn Brüder dann miteinander sogar auch Urlaub gestalten, Exerzitien gestalten, verdichtet sich das schon. Und wenn aus dieser Freundschaft dann wirklich, du bist mir Bruder geworden. Also das ist dann schon eine Qualität, die hat es in sich. Also das ist dann schon, boah. Du bist mir Bruder geworden. Man ist gemeinsam auf dem Weg. Aber das ist nicht einfach so, da kommst du rein, kriegst du die Kutte, jetzt bist du ein Bruder. Wenn es so einfach wäre. Ein besonderiger Bruder, ein besonderiger Bruder. Ja, ja. Ich bin sowieso ein besonderer Bruder. Es ist schon für die Welt unter den Männern dieser Rivalitätskampf, dieser Karrierekampf, dieses Postenreiten. Also ich arbeite ja schon längere Zeit in Krankenhäusern und habe gesehen, wie das da unter den weißen Kittelträgern und Trägerinnen in Hickhack ist. Ein oben nach unten. Das ist zum Teil unmenschlich. Und wenn ich dann jetzt in unsere Gemeinschaft hineinsehe, wie ich als Hilfsarbeiter aus der Fabrik mit einem Doktor Doktor an der Abwasch stehe und wir plaudern da beim Geschirrspülen, das muss ich erst einmal finden. Das ist was Besonderes. Das ist auch hier bei uns in Stühlingen natürlich auch was. Also das ist natürlich unter Brüdern auch nochmal was Eigenes, aber auch gerade hier in Stühlingen, wo viele Gäste zu uns kommen, aus ganz unterschiedlichen Bereichen, Milieus, wie auch immer, berufen. Und das ist gar nicht so wichtig, sondern wir sind dann hier für eine Woche zusammen, die Gemeinschaft, die zusammen lebt, zusammen arbeitet, zusammen betet. Das hat schon eine eigene Qualität. Genau. Ja. Und so wie ich jetzt hier mit dem Bruder Engelbert gesprochen habe, mit dir gesprochen habe, so sollen die nächsten Folgen von PodCup auch sein. Also es ist einfach ein Gespräch am Küchentisch, hier aus der Klosterküche, aber wir werden auch unterwegs sein. Der Podcast wird auch von anderen Orten, aus anderen Klöstern immer mal wieder Folgen geben, so ist es geplant. Und ja, zunächst, also so wie jetzt, was sind Kapuziner oder wer sind wir, wird es dann auch in den nächsten Folgen so einfach was zu unserem Orden geben, wie leben wir. Jetzt haben wir gerade gesagt, unser Tagesablauf wäre vielleicht nochmal eine eigene Folge wert oder so. Also wie ist so die Tagesstruktur im Kloster, wie wird man überhaupt Kapuziner und wie sieht so der Weg in den Orden aus und so, wie ist die Struktur. Aber es wird auch Folgen geben, viele, hoffe ich natürlich, die sich mit unserer Beziehung, mit meiner Beziehung, mit weiß ich nicht, zu Gott beschäftigen. Also wo es nicht nur darum geht, wie funktioniert das Leben, sondern wo es um den eigentlichen Kern unseres Lebens geht, um das Gerufensein von Gott und Nachfolge um, ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt noch sagen kann. Ja, ja, das ist sicher eine sehr spannende, ganz spannende, so Action anpreisen und jetzt so etwas ins Internet stellen, das kann man leicht. Aber was für ein Menschenbild habe ich, wie verstehe ich mich als Mann, was für ein Gottesbild habe ich, wer ist Gott für mich, wie wirkt sich das dann aus, auch in Kontakt mit anderen, dann was für ein Kirchenbild habe ich, ja, ist es polemisierend, ist es eliminierend oder ist es eine einladende Gemeinschaft. Also da können wir schon dranbleiben, denn auch unter uns Kapuzinern gibt es ja ganz unterschiedliche Typen, je nach Tradition und kirchlicher Tradition, Kirchenbilder, da gibt es die Kleriker und da gibt es bloß die Laien, die haben was zu sagen und die haben nichts, also das ist spannend, wie wir da zurechtkommen, wow. Ja, wow. Ja, das ist gut. Die erste Folge mit mir hier zu gestalten, auszuprobieren. Ja, das ist ja eh klar, dass so ein Gespräch nicht so ein natürliches, fließendes Gespräch ist, also wenn wir ganz spontan bei mir zu meinem Kloster zusammensitzen oder ein Begleitgespräch, das ist schon ein bisschen… Das hört ja immer jemand zu, aber das werden die Hörer und die Seher auch verstehen, dass das nicht ganz so alltäglich ist. Ja, vielen Dank Engelbert und ja, vielen Dank fürs Zuhören oder Zusehen, schaut auf unserer Internetseite auch vorbei, podcup.de, da gibt es dann auch Bilder aus dem Kloster und da könnt ihr so ein bisschen einen Eindruck gewinnen, wie wir so hier in Stühlingen leben und vom Engelbert gibt es dann natürlich auch das Video aus Gauernstein. Danke schön dir. Danke dir. Podcast ist der Podcast aus dem Kloster. Podcup, der Kloster Podcast.